Wir sind hier auf dem Lichtermarkt zum ersten Advent. Heute ist, glaube ich, der 27. November. Und wie jedes Jahr hier in Lichtenberg, am Rathaus Lichtenberg, sind wir teilweise mit der Mannschaft von Rock im Grün hier vorhanden. Wir verkaufen wunderschöne Rock im Grün-Shirts. Aktuell ist von diesem Jahr. Nächstes Jahr, das ist ja wieder im Juni. Wir verkaufen super leckeren heißen Glühweif mit Rum oder Amaretto oder Pur. Dazu haben wir noch super cooles, leckeres Berliner Pintner Bier, lecker Kinderpfunsch, Zuckerwatte, die verdammt gut läuft, wie man hier gerade sieht. Die stehen hier alle nur wegen der Zuckerwatte an. Und lecker Bratwurst, Bulette, Mais. Also wir können eigentlich fast jeden Wünsch erfüllen. Leider keine heiße Schokolade, aber das kriegen wir vielleicht nächstes Jahr auch mal hin. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020